Ich schlüsse Glanz! Das ist genau so wunderbar! Und das ist die Passe von Herrn Volkermann, den wir heute hierher willkommen den Wagen der Gemeinschaftsfragen Gesamtgeweisung. Und Sie haben das Motto Wir machen so gut gelesen! Sie nach uns! Und das auch im nächsten Jahr mit auf dem Wagen auch der Namensgeber und Geschäftsführer Olaf Walzhoff. Euch begrüßen wir mit einem Wahlkampf Erfordier Umzug! Dickrich Hagemann mit seiner liebten Wahlein Wir begrüßen Frau Bechtu Dickrich, warum bist du da und nicht da? Mit viel Musik lehört sich da Begrüßt hat er es auch häufig da Unsere erbten Landwehr der Europameisterschaft Präsident der Bietersheim ist Frank Sieber Wir grüßen natürlich auch Und die Bietersheimer Erinnern da unten, dass auf der Landebahn in Erfurt-Bietersheim Gras wächst und sie wollen das ändern! Bietersheim! Ja! Ja! Bietersheim! Ja! Bietersheim! Bietersheim! Ja! Ja! Bietersheim! Ja! 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 Und die Rüderstadt der Folie Ja, es ist schön! So, ihr Freunde, wir begrüßen die Schalmein-Bigband Ingerswede und Neue der Leiter von Scheißgrün! Servus, vielen Dank, alle Musik! Das ist sozusagen das Haus- und Hochorchester des Namenklubs in Ingersweden und des Wandelslebens in der Ingerswede. Schönen Sie mit dabei sein! So, ihr Freunde, wir begrüßen auch den Jan-Wandersteiger-Malentzug. Wir haben in diesem Jahr das Motto, vielleicht sehen wir das auch gleich noch, Kalmen und Strand! Am Abdel-Strand! Ich hoffe, ich habe das Ding Tick-Tick-Tick hier! Viele Freunde! Mit dabei, Präsident Uwe Walter! We got it! Wow! Euch geht's gut, oder? Das ist gut! Und das ist der Präsident Thomas Galler! Ich bin Thomas! Schau, dass ihr da seid! Ich begrüße den Witter da! Keine Wahlklub mit einem Dauer! Und wieder! Und ich grüße vor allem die Sternhagel-Brüder! Ich wünsche euch, dass ihr heute wieder in die Kanzlei als Hoflieferanten aufdrehen könnt! Ich grüße euch und ruf euch zu! Auf und ruf euch! Auf und ruf euch! Auf und ruf euch! Auch hier begrüßen wir für den Wickel! Herzlich willkommen bei der Mercoria! Ja! Ja! Schön, dass ihr mit dabei seid! Wir sind im Radelof! Ja! 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 Wir sind im Radelof! Wir sind im Radelof! Wir sind im Radelof! Ja! So, liebe Freunde! Wir begrüßen euch herzlich hier auf dem Fischmarkt, den Karneval-Club Riseda, 1967 e.V. Ja! Wenn ihr macht was nämlich ganz genau! So ist das richtig! Unser Doping heißt Humor! Noch ein schönes Foto für dieses Jahr! Euch begrüßen wir auch mit einem Erfordian! Ja! Riseda! Ja! 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 Herr Vorsitzende! Scharf geschossen wir aujourd'hui begrüßen die Cotare Kardemalsgemeinschaft, 1969 mit einem tollen Gutsch! Gutsch! Da Technikkofe heiert! Ja! Ja die Cotare feiern die 39. Ich begrüße den Nahen Olympiade beim BKG, Präsident der Vortag-Karnevalsfreunde ist Peter Schmid. Ihr Vortag Wiesgerald. Ihr Grüßt euer Präsident, euer Prinzenfahrer Stefan, die Nürftin, Martina, die Sechste. Wir grüßen euch Vortag die Schofansgruppe, die Schlauen Puppen, die Kattoppel, Kälsch, Stappe. Sehr glücklich, wie das. Auf euch, ein toller Oberbürgermeister, fährt bei Wäschler mit. Ich begrüße euch extra und verabschiede euch mit eurem Gutsch. 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 Ja, in Gutsch sind alle Zerich, nicht nur der Elterrat, auch der Oberbürgermeister. Wir grüßen den Rischwahl-Gadrofein mit dem Präsidenten Sieg mit Lütz. Wir grüßen den Elterrat, wir grüßen euer Barretz, wir grüßen... Ich sehe, du bist gefühlt, du hast das erkannt, du bist der Hürste, der seine Freunde gemerkt hat. Dankeschön, ein tolles Fischfahrer, hellau! Fischfahrer, hellau! Ich muss doch auch noch meine Arme kippen. Ich muss doch auch noch eine Arme kippen. Frau Kippen, ich muss doch auch noch die Arme kippen. Ich muss doch auch noch die Arme kippen. Ich muss doch auch noch die Arme kippen. Also mal ganz ehrlich, Ihr Meeresheimen richtig gut durchgehebt. Hier geht's am Erfall. Da ist echt was los. Jawohl, hier steht's rund! Jawohl, jetzt kommt Freude ab! Der Höhepunkt beginnt, der Höhepunkt! Aber jetzt geht's in die Sackgasse! Auf geht's hier! Jawohl! Spaß, Stimmung und gute Laune! Auf geht's! Alle machen mit hier hervor! Alle machen mit hier hervor! Wir sind jetzt hier bei dir! Und du bist schon zu, wir sind schon zu, wir sind schon zu, wir sind schon zu, wir sind schon zu. Auf geht's! Wir sind jetzt hier auf! Stadtwerke! Fischbach! Immer auf, wenn? Ja, die Chefin der Truppe ist Angelika Graunsepp und euer Geschäftsführer, der Hoffmann, hat das Jahr abgetaucht. Und hier haben wir uns! Sehr gut zu der Musik für alle! Alle Höhepunkt! Das Moria! Hoho! Die besten Go und Kack 2 kommt seit 15 Jahren keiner vorbei! Auf euch, Servus, herzlich willkommen! Euch begrüßen wir mit eurem Akkordia! 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 Flucht der Karibik! Deutschland aus! Wir grüßen alle Höhepunkt! Endlich steht der Position für alle! dummy! so das war's! Maria Grau!